Hallo und herzlich willkommen, meine lieben YouTube-Freunde, zurück zu Let's Play Minecraft. Mein Name ist Lord Sarlok und diese Folge hier ist eine kleine experimentelle Runde für mich, denn ich habe das Aufnahmeprogramm gewechselt bezüglich der Audiospur meiner Stimme, denn es ging mir mit der Zeit ein wenig auf die Nerven, beispielsweise wenn so ganz coole Soundtracks laufen, dass ich nicht mitsingen kann, weil es sich ja immer um eine Sekunde ungefähr verzögert. Deswegen, ich nehme meine Stimme jetzt mit Outer City auf, das will ich einfach mal ausprobiert haben. Ich habe vorher noch so ein anderes Programm mal ausprobieren wollen, war aber eine Demo-Version, wie ich herausgefunden habe und deswegen konnte dieses Programm nur maximal 23 Minuten und 18 Sekunden aufnehmen. Wer diese Zeitgrenze festgelegt hat, ich Respekt für diese kreative Entscheidung. Auf jeden Fall, naja, diese kleine Aufnahmepause, die ich in der letzten Folge machen wollte, ja, ist etwas länger geworden und zwar zwei Tage. Und ihr hört es, ich habe ein paar neue Soundtracks in der Playlist reingepackt, eine etwas ruhigere Melodie mal, deswegen rede ich auch mal etwas ruhiger. Ich habe außerdem noch Outer City jetzt, ich bin da jetzt umgestiegen, weil ich einfach auch mal ein bisschen, ich bin ein sehr kreativer Mensch, ich arbeite unglaublich gerne kreativ und ich möchte mich auch mal gerne so bezüglich Stimmveränderung, also nicht Stimmveränderung, sondern so mit Effekten arbeiten. Das will ich einfach mal gemacht haben, denn wir haben in dieser Folge etwas ganz Besonderes vor. Anfangs, es tut mir leid, es muss manchmal, muss es leider so sein, dass ich mal so ein paar Dinge erkläre, ein paar Dinge erzähle, weil ja immer so viel passiert. Und es gibt so viele Themen, die ich jetzt erstmal abarbeiten muss, sozusagen. Und das eine, ich gucke mal auf den Freiheitsschweinturm, wenn es in Ordnung ist, ich muss mal, sonst kann ich mich beim Reden nicht konzentrieren. Das erste Thema bezüglich des Livestreams, da habe ich jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, soweit würde es funktionieren, die schlechte Nachricht ist, anscheinend ist entweder mein Rechner oder die Internetleitung, die ich habe, zu schwach, kann deshalb maximal nur auf 720 streamen, das ist der erste Punkt. Und zweitens, ey, mein PC ist ein bisschen überlastet, wenn ich aufnehme, wenn ich streame und dann, es kann sein, ich habe nebenbei noch Facebook angehabt, aber ich bin ja dann parallel noch auf der Twitch-Seite selber, weil ich die Kommentare ja dann lesen muss. Ich habe da nämlich jetzt vor ein paar Tagen so einen Test-Stream gemacht, um zu gucken, wie das Ganze ist. Jetzt wird es schon wieder dunkel, Dankeschön. Ähm, auf jeden Fall. Naja, deswegen also mit Twitch, äh, wird das glaube ich eher nichts. Ich könnte, äh, ich könnte den Stream machen, normalerweise wäre das möglich, aber es ist nicht die Qualität, die ich mir wünschen würde. Und ich lege nun mal einen großen Wert auf Qualität, deswegen, äh, sage ich an dieser Stelle, das mit Twitch, werden wir vorerst nicht machen. Das heißt aber nicht, dass wir das Community-Camp nicht machen werden, denn, äh, ich überlege die ganze Zeit, wie wir das alternativ machen könnten. Beweg dich nicht von der Stelle. Äh, wo haben wir denn die Knochen hier? Da, hier haben wir Knochen. Ein paar schöne Knochen. So, Moment. Dann tue ich den Wassereimer, genau. Jetzt weiß ich nämlich, was wir noch, äh, zu tun haben. Äh, ich hoffe, dass die Stimmlautstärke soweit passt. Hey, Kumpel! Oh, und noch ein weiterer Hund. Ist das nicht süß? So, auf jeden Fall, ähm, also, das mit der, mit der, mit dem Community-Camp, das machen wir auf jeden Fall. Ich habe da riesen Bock drauf. Äh, ich überlege die ganze Zeit, wie wir, also ich meine, so spielen können wir natürlich, aber es wäre hilfreich, wenn wir da irgendwie durch ein Live-Chat oder sowas immer kommunizieren können. Mir fällt ein, dass die Monster ja an sind. Ich sollte vielleicht mal schlafen gehen, damit wir ungestört hier rumlaufen können. Nicht, dass uns schon wieder so ein Creeper hier die, die Wand hier einreißt. Das will keiner. Auf jeden Fall, ich bin die ganze Zeit am überlegen, wie wir das Ganze stemmen. Einen festen Termin zu dem Stream habe ich, äh, auch nicht. Ich bin da jetzt öfter schon gefragt worden. Ich habe noch keinen festen Termin. Ich habe keine Vorstellung davon, wann wir das genau machen können. Ähm. Ach so, ich wollte so einen unendlichen Brunnen letztens bauen, ne? Ja, da bin ich nicht dazu gekommen. Auf jeden Fall, äh, naja, es ist, äh, ich muss mal gucken, wie ich das Ganze mache. Vielleicht, ich überlege gerade, vielleicht könnte man das ja über Twitter machen. Weil ich habe auch gelesen, einige von euch, die mitmachen wollen, die haben, glaube ich zumindest, ich, äh, ich habe mir jetzt nicht alle Namen gemerkt, aber ich habe auch mal gelesen, es gibt Leute, die haben, äh, die sind nicht bei Facebook angemeldet, deswegen über Facebook zu machen, wäre scheiße. Ähm. Also eine Alternative wäre über Twitter. Oder, äh, ja, das ist eigentlich so, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die mir jetzt gerade spontan einfällt. Ähm. Da kann ich leider nicht, äh, also ich weiß es nicht besser. Ich habe keine, ich muss mal, ich muss, ich muss drüber nachdenken. Äh, einen festen Termin und so weiter werde ich auf jeden Fall noch in Minecraft Let's Play, äh, erwähnen. So lange, wie der Termin noch nicht steht, werden wir hier in dieser Welt erstmal ein bisschen weiterbauen. Und, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz, ja, den Brunnen wollten wir eigentlich machen. Ich habe ja, äh, letzte Folge auch gesagt, dass ich ein paar neue Soundtracks suchen will, bezüglich, wenn wir in Höhlen unterwegs sind, dass wir ein bisschen Horrormusik haben, die habe ich jetzt, äh, hergeschafft. Jetzt muss ich mal eben... Kann ich jetzt so spontan einen Brunnen bauen? Sonst, weißt du was, ich mache diese Folge, die Folge wird mal eine Quatschrunde, so eine Talkrunde, weil es gibt so viele Themen noch, über die ich sprechen möchte. Äh, also das war die Sache mit dem Livestream. Livestream in dem Sinne werden wir nicht können, aber wir werden versuchen, ich werde versuchen, irgendeine Möglichkeit zu finden, wie wir live kommunizieren können und dann, äh, werden wir das schon hinkriegen. So, das nächste Thema habe ich in den Kommentaren gelesen, äh, freue ich mich übrigens immer sehr gerne, wenn ich Kommentare lesen darf, denn da stehen ja auch so viele positive Sachen immer drin. Äh, ne, ich werde sehr oft gelobt, ich will mich jetzt nicht irgendwie in den Himmel ragen. Und ich bin dann eben gefragt worden, ja, kannst du Tipps geben, wie, äh, also besser zu werden und so weiter. Und da habe ich gesagt, okay, lass mich das in einer Folge erzählen, weil ich kann besser quatschen als schreiben. Und, äh, das ist natürlich noch ein bisschen ein größeres Thema und da muss ich ein bisschen mehr dazu sagen. Ähm, ja, besser werden. Was ist besser? Es ist, ähm, ich meine, wenn man sich entschließt, Let's Plays auf YouTube zu machen, dann in meinen Augen, zumindest war das so meine Grundidee und, äh, auch mein Grundgedanke, wie ich in die Sache, oder wie ich an die Sache rangegangen bin. Ähm, weil ich habe von Anfang an gesagt, ich meine, bis vor kurzem habe ich mir niemals träumen lassen, dass ich wirklich eigene Let's Plays aufnehme, aber, ähm, mein Grundgedanke war immer, wenn ich es eines Tages machen sollte, dann soll es so professionell wie möglich sein. Das war immer der Grundgedanke, mit dem ich an die Sache rangegangen bin. Ich muss mal kurz überlegen, was wollte ich jetzt gerade machen? Ich wollte, ist auch egal, ähm, auf jeden Fall, äh, es ist zum einen die Einstellung, wie, mit welcher Einstellung gehst du da ran? Mach, warum machst du Let's Plays auf YouTube? Machst du es, weil es dir Spaß macht? Machst du es, weil du, äh, viele Klicks haben willst? Machst du es, weil du Geld verdienen willst? Also, ja, warum ich Let's Plays mache? Es macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Ich habe richtig Bock drauf immer, wenn ich hier am Aufnehmen bin und dann, äh, haue ich die Folgen raus. Ich kriege immer so viele Kommentare und so viel Lob und das, ich liebe das einfach, das zu tun. Es macht mir unglaublich Spaß, die Spiele hier mit euch zu zocken. Ihr guckt mir dabei zu und wir können über die Kommentare interagieren und das, ich liebe das einfach. Es macht mir so unglaublich viel Spaß. Und, ähm, naja, also das ist zumindest mein Grund, wieso ich das hier mache. Jeder wird, oder es werden viele wohl den gleichen Grund haben. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, ich will einfach nur Klicks generieren, ich will Geld damit verdienen. Dann kann ich euch sagen, äh, werdet ihr das auf kurz oder lang nicht lange durchhalten, weil ich finde Let's Plays machen, da musst du mit Spaß dran gehen, sonst ist das irgendwie, weiß ich nicht. Jetzt ist da voll die dramatische Horrormusik. Ja, The Evil Within ist übrigens der Soundtrack von The Evil Within. Within. The Evil Within. Ja. Was habe ich denn noch? Ich habe jetzt mal von, äh, hier, Far Cry 4 habe ich geholt. Ich habe 4, 3, 4, 2, wenn wir in Höhlen unterwegs sind. Und Assassin's Creed Revelation ist jetzt nochmal neu. Ansonsten den ganzen Rotz hier, den kennen wir schon. Äh. Die Musik, die passt mir jetzt aber gerade nicht. Thematisch ist das jetzt ganz, ganz schlecht. Ich mache mal Revelation an, weil es neu ist. So. Heißt das eigentlich Revelation oder Revelations? Keine Ahnung. Ist auch egal. Ist ja nur Musik. Auf jeden Fall, ähm, ja, das zum, das zu dem Thema. Von der Technik her, sage ich euch, äh, wie gesagt, mein Grundgedanke war, ich will das so professionell wie möglich machen. Und, äh, Ich habe dann, ich habe wirklich meine ganze Kohle auf den Kopf gehauen, um mir das Mikrofon zu kaufen, um mir das Aufnahmegerät zu kaufen. Ich habe mir extra einen PC, äh, und einen Monitor gekauft, um die, um das Zeug aufzunehmen, weil mein Laptop zu schrottig dafür war. Und, ähm, Ja, das, ja, mehr gibt es zum Thema Technik nicht zu sagen. Wenn du, wenn du das professionell, wenn du das professionell durchziehen willst, dann brauchst du auch die dementsprechenden, äh, guten Gerätschaften dafür. Die Qualität steht natürlich auch an, sehr weit oben. Und dann kommt es natürlich auf, ja, es kommt natürlich auch auf die, auf die Stimme an. Es kommt eben drauf an, äh, Wie kommst du denn als Let's Player rüber? Bist du eher so ein sympathischer, so ein lustiger Typ oder so ein, so ein, weiß ich nicht. Die Leute müssen Spaß daran haben, äh, die Videos zu gucken. Das ist eigentlich der Schlüssel. Wenn die Leute Bock drauf haben, die Videos weiterzugucken, wenn sie eine Folge gesehen haben. Wenn die Leute sagen, hey, den Typ, den finde ich cool. Ähm, Dann ist das eigentlich schon die halbe Miete. Naja, soviel zum Thema, ja, soviel zu dem Thema. Also, ich glaube, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ähm, Was so ein persönlicher Grund noch von mir ist, Bei mir ist es immer ein bisschen schlimm. Ich bin immer, in der Hinsicht bin ich immer sehr, sehr streng mit mir selber. Sehr perfektionistisch immer, äh, zum Thema hier, äh, Beispiel, beispielsweise, nehmen wir mal die Thumbnails. Meine Thumbnails sind jetzt nicht die aufwendigsten, aber ich stecke da schon, äh, viel Mühe und so weiter rein. Aber es macht mir Spaß, das zu tun, weil ich sehr gerne kreativ arbeite. Ich laufe immer so sinnlos hin und her. Ja, äh, 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 ist ne Quatschrunde. Ich hab's so benannt. Glaub ich. Zumindest lege ich das jetzt mal fest, dass ich die Folge benenne, äh, benenne nach, äh, hier, Quatschrunde oder sowas. Ich hol mir mal ein Stück. Ist das roh? Ne. Rohes Fleisch, ii. Ich brauch was Gekochtes. Was Saftiges. Hab ich kein, hab ich kein Steak mehr? Welch Schande. Hier, dann brate ich mal hier ein paar Steaks. Ja, also soviel zum dem Thema. Ähm, was wollte ich denn noch sagen? Irgendwas war noch. Hab ich schon wieder vergessen. Also, wie gesagt, das mit Twitch, ne? Übrigens, äh, die Folge müsste am Montag laufen. Das bedeutet, äh, jetzt dann um 16 Uhr gleich wird die erste Folge von Assassin's Creed Brotherhood erscheinen. Ähm, ja. Ja, würde ich, würde ich mich freuen, wenn ihr, wenn ihr einschalten würdet. Ich bin mal gespannt, wie das Let's Play laufen wird. Ich bin ja, mhm, sagen wir mal wenig talentiert, was die, äh, die Assassinenfähigkeiten von meiner Seite, äh, betrifft. Könnte ein etwas längeres Let's Play werden. Sagen wir es mal so, aber ich freue mich riesig drauf. Zudem ich Assassin's Creed Brotherhood habe ich wirklich sehr gefeiert. Und das hat noch wirklich so ein, für mich so ein Assassin's Creed Charakter. Ich muss zugeben, ich habe den zweiten Teil nicht gespielt. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Ich habe Revelations oder Revelations. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Habe ich auch nicht gespielt. Ähm, Brotherhood war da wirklich mein erstes. Das Dreier hat mir, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Die Story fand ich sehr, sehr schön mit, äh, so, Fleisch ist fertig. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, das Black Flag, naja, die Story fand ich ein bisschen lame. Wobei, äh, wobei ich sagen muss, das Spiel an sich, Black Flag, fand ich, finde ich sehr, sehr schön. Es wird schon wieder Nacht. Wie, wie lange rede ich denn schon? Ich muss jetzt immer auf zwei Bildsch- also nicht auf zwei Bildschirme, aber auf zwei Fenster immer gucken. Ja, ein bisschen war es halt, ne? Gleich eine Viertelstunde, okay. Na ja. Jetzt habe ich eigentlich die Themen schon. Da sind so viele Schafe. Ich glaube, das sollte ich mal nutzen. Habe ich Weizen denn noch in der Kiste? Es ist eine sehr unproduktive Folge. Es tut mir auch sehr leid, aber man muss das einfach mal, äh, auch gesagt haben. Ich brauche auch die Ruhe, um das alles zu erklären. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Kommt mal her, meine süßen Schäfchen. Und ihr auch. Los, folgt mir. Ich habe glücklicherweise die Pseudotreppe erwischt. Folgt mir, meine Schäfchen. An einem besseren Ort. Dort wird es euch gut gehen. Euer Leben lang. Kommt. Ist eigentlich eh egal, wo die reinkommen, ne? Ist ja eh alles immer drin. So, hier. Folgen die mir? Die passen alle gar nicht rein. Es ist viel zu eng. Da, er geht schon auf die Barrikaden. Will der mir nicht folgen? Guck mal, ich habe mir Weizen. Interessiert sich nicht. Okay. Gut, so viel zum... Willst du mich verarschen? Nimm Abstand. So, auf jeden Fall, ja. So viel zum dem Thema Livestream. So viel zum Thema Let's Plays. Ähm. Ist ja auch etwas, was ich, äh, wirklich gerne hauptberuflich machen will. Scheiße. Oh, nein, 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 nein. Nimm das... Ja, ja, ja. Ist ja gut. Spinnst du? Hör auf mich zu attacken. Ich will nicht sterben. Nimm dein Schwert, Junge. Geh. Nein. Okay, wisst ihr was? Was ist jetzt? Es ruckelt. Ich bin in einer Quatschrunde gestorben. In einer Folge, wo wir nichts machen. Boah, ist das mies. Das erste Mal gestorben und zwar vollkommen ehrenlos. Toll. Wenigstens spawnen wir bei unserem Haus. Jetzt ist das Schwert natürlich unten und die Spinne läuft da noch rum. Hättest du ja mal was machen. Ich nehme jetzt mal meine... Wozu sind sie denn da? Hallo? Nein! Ich will nicht schlagen! Du sollst das Sitz aufheben. Hä? Warum folgen die mir nicht? Brauche ich da jetzt ein... Och, wisst ihr was? Ich brauche jetzt mal meine Item. Hä? Wieso kann ich denn nicht mehr sagen... Oh! Warum kann ich denn nicht mehr sagen, äh... Scheiße, wo ist der? Oh. Ähm. Scheiße, der folgt mir, der Penner. Oh Gott, was habe ich getan? Oh Gott, was habe ich getan? Oh nein, 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 nein. Lasst mich alle in Ruhe. Es ist eine Quatschrunde, eine Quatschfolge. Warum habe ich die Monster auch angeschaltet, wenn ich doch... Ne, ich wusste nicht, dass es eine Quatschrunde wird. Verschwindet und lasst mich ersaufen. Großer Schwert. Da ist das Schwert. Verzieh dich. Ich wollte noch was erzählen, du Penner. Gibt's doch nicht. So, was wir aber nicht vergessen dürfen, ist der Flachwitz des Tages. Den habe ich natürlich nicht vergessen. Was ich aber vergessen habe, ist die standardmäßige Begrüßung. Er ist jetzt eh schon zu spät. Also, ähm, Flachwitz. Wieso können Piraten keinen Kreis fahren? Weil sie Piraten. Weil sie Piraten. Ach, verschwinde. Ich habe schon Schmerzen genug. Ah, epische Musik zu Assassin's Creed Revelation. Oder Revelations mit S. Ich kann ja jetzt endlich mal mitsingen. Ist ja jetzt synchron. Braucht ihr ein Stück Fleisch dafür? Ich will sagen... Alter Junge, ich kann die nicht. Ich sollte vielleicht mal meine Rüstung anziehen. Warum kann ich nicht sagen... Folgt mir. Ich mag euch. Sogar das Schaf folgt mir. Warum ihr nicht? Oh, scheiß Creeper. Ich gehe pennen. Naja. Also, ich würde sagen, machen wir hier mal Folgenschluss. Äh, auf jeden Fall. Naja. War aber jetzt mal eine Quatsch-Folge. Das war jetzt auch mal eine kleine Ausnahme. Warum fehlt hier eine Fensterscheibe? Ich habe keine... Habe ich Glas hier irgendwo? Oh, nein, 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 nein. Warum ist hier... Warum ist hier ein Kieselstein... Äh, hier ein Pflasterstein drin? Keine Ahnung. Naja. Muss auch mal sein. In dieser Folge haben wir wirklich jetzt gar nichts gemacht. Wird nächste Folge besser. Ich verspreche es gleich. Machen wir uns los. Und dann nutzen wir auch mal ein paar neue Soundtracks, die ich geholt habe. Auf jeden Fall, äh... Ja, ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Auch wenn es heute... Wenn heute nicht viel passiert ist. Ein bisschen Gequatsche muss sein. Oh, Mann. Wir sollten auch mal das Dach, die... Also hier, das Dach, also erste Etage bauen. Naja, was soll's. Ich hoffe jetzt mal, dass es experimentell, dass es mit Outer City und so weiter, mit dem Zusammenschneiden hinterher funktioniert. Ich, äh, habe nämlich keine Ahnung, wie ich das nachher mache. Aber ich probiere es einfach mal. Wenn ihr die Folge seht, dann wisst ihr, es hat funktioniert. Und, ähm... Ich würde sagen... Naja. Ne? Bis nächste Folge dann. Also... Bis dann. Tschüss. Pseudoschlaf und Tschüss. Tschüss. Pseudoschlaf.